Ich begrüße Sie zur nächsten Einheit meiner Einführungsvorlesung. Es geht immer noch um den Hexameter. Wir hatten in der letzten Einheit uns den Anfang von Vergils Epos der Enes angesehen und geschaut, wie Vergil den Hexameter behandelt hat. Nun wenden wir uns einem ganz anderen Genus zu, den horatischen Satiren, und werden mal gucken, wie der den Hexameter verwendet, denn da zeigen sich einige Unterschiede. Wenn Sie diese Einheit jetzt im Netz gucken sollten, wäre es günstig, dass Sie die Vergileinheit vorgeschaltet haben. Qui fit mai che nas ut nemo quam si bi sortem. Sie sehen, der erste Vers, anders als bei Vergil, geht der erste Vers hier in den Satiren gleich nur mit Längen los. Solange man das machen kann, setzt er hier Längen in den Text. Hier das Ende ist ja regulär immer so. Dadurch ergibt sich natürlich eine Längung auch dessen, was gesagt wird. Es geht ja hier um das intensive Gemecker der Leute über ihr eigenes Leben los. Und insofern eignen sich Längen hier am Anfang ganz gut. Und Sie haben den Kontrast zum Epos Vergils, wenn Sie sich die beiden Verse mal anschauen. Dasselbe gilt auch für die Einschnitte im Vers. Okay, hier haben wir einen, den können wir gar nicht benennen, den ersten Einschnitt. Qui fit. Dann nach Me kenas. Pentium in res. Und dann nach dem achten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Die bukolische Dierese, die sich bei Vergil gar nicht fand in den ersten Zeilen. Und das alles in dem ersten Vers. Wir sehen also den gewaltigen Unterschied. Man würde natürlich die Hauptzäsur hier legen. Aber der Vers ist total zerschnitten, will ich fast sagen, durch drei Einschnitte, die irgendwie alle wichtig sind. Das Zerrissene, Zerschnittene, das zeigt so ein bisschen das Satirische. Das Satirische ist darauf angelegt, etwas unausgeglichen zu sein. Denn das ist ja so eine Vulgärpredigt, die assoziativ scheint. Das ist natürlich auch sehr künstlich. Aber das bildet sich auch in diesem Vers mal ab. Und jetzt schauen Sie die nächsten Verse. Also hier das I besprochen wie ein J vor dem folgenden Vokal. Wir sehen jetzt plötzlich soiratio dederit, soifors objekerit illa. Hier plötzlich startet es dann plötzlich ganz schnell soiratio dederit los. Und man sieht also richtig den Kontrast objekerit. Und dann, wir suchen in dem Vers wieder verzweifelt nach einer vernünftigen Zäsur. Na gut, hier könnte so eine kleine sein. Aber die Hauptzäsur ist ja hier. Und auch die können wir gar nicht benennen. Also eine Abtrennung eines Wortes ganz hinten in dem Vers drin. Wir sehen den Kontrast einerseits mit den Kürzen, die hier plötzlich auftauchen. Und dann wieder ein komischer Einschnitt. Kontentus, wie, wat, lau, det, di, ver, sa, se, quen, dies. Entschuldigung, dies hätte ich natürlich kurz machen sollen an der Stelle. Da beim Letzten bin ich immer etwas schlampig. Sie können mich deswegen tagen. So, hier haben wir wenigstens mal nach der Pentememris einen Einschnitt. Aber Sie sehen, wieder gibt es hier Längen, 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 Längen. Ich lese das Ganze nochmal vor, wie sich das dann anhört, wenn man das jetzt mal nicht nach den Versen eingeteilt hätte, sondern die Satzstruktur. Wie geschieht es mit Metzenas, dass niemand mit dem Lob, was ihm die Ratio oder der Zufall verpasst hat? Damit zufrieden lebt, sondern Leute lobt, die eine andere Lebensweise, eine diverse, verschiedene Lebensweise verfolgen. Wir sehen, auch hier wieder, da ruft ein Soldat der Familie, der belastet ist durch sein hohes Alter, der sagt, die Händler, die leben so gut und der ruft das O Fortunati Mercatoris. Wir sehen hier dieses gedehnte, vielleicht auch etwas stöhnende Rufen, man ist belastet. Die glücklichen Händler und auch hier wieder kein Einschnitt, den wir kennen, sondern ein Einschnitt an ganz komischer Stelle. Wir sehen also in den ersten vier Zeilen gleich schon zwei komische syntaktische Einschnitte an Stellen, wo keine regulär markierten Verseinschnitte eigentlich liegen. Jetzt, da geht es wieder schneller, mi-les-a-it-multo-jam-frag-tus-mem-bra-la-bu-re, sagt der Soldat, der belastet ist durch sein hohes Alter, wo er an seinen Knochen bereits zerbrochen durch viel Mühen. Und die Mühe, sie sind hier mi-les-a-it, da hätten wir wieder einen Einschnitt nach der Tritt-Hemimeres, und dann haben sie aber wieder hier diese schönen Längen, wo man dieses Mühselige des Labor vielleicht draus entnehmen soll. Ich lese es nochmal vor. O Fortunati Mercatoris, grau-i-san-i-s-mi-les-a-it, multo-jam-frag-tus-mem-bra-labore. Also Sie sehen, ich übertreibe hier natürlich so ein bisschen, um das vorzumachen, aber Sie sehen, der Vers ist ganz anders als bei Vergil im Epos wird der Hexameter hier verwendet. Kontra-mer-ka-tor-na-wim-yak-tan-ti-bus-aus-stries. Wir sehen auch hier wieder sehr, sehr viele Längen. Der Einschnitt vielleicht hier. Dagegen ruft der Händler, wenn die Südwinde sein Schiff umherwerfen. Wir sehen auch hier wieder sehr, sehr viele Längen. Mi-li-ti-a-st-po-ti-or-quit-e-nim-kon-kur-ri-tur-ho-rei. Okay, wir sehen, jetzt wieder ein Vers, und zwar der nur jambisch ist, der fast nur jambisch ist, natürlich wieder im großen Kontrast dazu. Hier wird nämlich ausgesagt, dass der Soldat Glück hat, weil alles zu schnell geht. Mi-li-ti-a-st-po-ti-or-quit-e-nim-kon-kur-ri-tur. Da hat man schon wieder die Schnelligkeit, auch das Zerrissene natürlich mit dem Rhythmus hier. Und dann hat man hier immerhin einen vernünftigen, auch wieder einen zerrissenen Vers. Wir sehen, wir sehen, einmal hier einen Einschnitt. Pentium-i-bris, eins, zwei, drei, vier, fünf. Heftem-i-bris, quit-e-nim, okay. Kon-kur-ri-tur. Und hier eigentlich nochmal der stärkste pointierte Einschnitt, den wir wieder nicht benennen können. Wir sehen also auch da wieder ganz große, ganze Kleinteiligkeit, die sozusagen den Fluss des Hexameters, den wir ja aus Vigil kennen, zerreißt. Ho-hei-mo-ben-to-quit-a-mors-we-nit-out-vig-to-ri-a-la-i-ta. Man trifft aufeinander, man stürmt gegeneinander an. Im Moment einer Stunde kommt der Mors schnell, schneller Tod, kommt der Tod all schneller. Oder ein fröhlicher Sieg. Und Sie sehen hier, Momento ist schon gedehnt. Aber der Kitter-Mors, der kommt schnell. Kitter-Mors, schnell gemacht hier an der Stelle. Wenn-it, zack, Kitter-Mors, Wenn-it. Out, Viktoria, Leiter, dann sehen wir. Das ist natürlich dann wieder ein normales Versende. Auch hier sieht man wieder, okay, Momento. Der erste ist ein komischer Tritt, der Mim-i-M-Rest. Da geht es dann, kein großer Einschnitt, würde man sagen, ist vielleicht hier ein Einschnitt. Aber Sie sehen auch da, in dem Vers ist kein richtig großer Einschnitt wie hier oben im Prinzip. Und dadurch wird der Vers schnell gemacht. Also Sie sehen, wie die Zäsuren anders gehandhabt werden. Also die syntaktischen Einschnitte anders gehandhabt werden im Verhältnis zu den üblichen Hauptzäsuren. Sie sehen auch, wie die Rhythmen sehr divergierend gehandhabt werden. Eine gewisse Zerrissenheit soll ausgedrückt werden. Das sind ja die ersten Verse des ersten Satirenbuch des Horats, wo praktisch auch programmatisch was vorgestellt wird über das Versmaß. Und ich denke, wenn man das jetzt mal gegen die Verse Vergils hält, dann sieht man auch den Unterschied. Also wir haben den Exameter oder Versmaß, ein Versmaß, aber ein Versmaß ist nicht ein Versmaß. Gut, dann danke ich Ihnen für diese Einheit und dann bis zum nächsten Mal.